Ja, Hallihallo ihr Lieben! Ich habe heute noch ein ganz besonderes Angebot für euch, von dem ich euch ganz schnell berichten wollte. Ja, und zwar habe ich euch ja gerade schon das Video über die neuen Astor Lippenstifte gemacht. Und nicht nur sind diese Lippenstifte, wie ich finde, sehr spannend, sondern Astor hat auch eine Promotion gerade laufen in den Drogerien, wo ihr ein Gratis-Produkt bekommt. Und zwar, wenn ihr diesen Astor Lippenstift bei der Drogerie Müller kauft, dann bekommt ihr gratis einen Astor Fashion Studio Nagellack mit dazu aus der Neo Tribal Collection in diesen vier Farben. Ich denke, die kann man sich dann da aussuchen. Ihr müsst mal schauen, da sollen wohl extra Aufsteller stehen. Und die ganze Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht. Also wenn euch das Thema interessiert, dann geht jetzt, dann kriegt ihr bei Müller noch ein gratis Nagellack. Bei DM sieht das Ganze etwas anders aus. Da bekommt ihr nämlich keinen Nagellack, sondern einen Eyeliner dazu. Und zwar handelt es sich hierbei um den Perfect Stay Waterproof Eyeshadow und Liner. So ein richtig fettes Teil. Auch das gibt es in verschiedenen Farben, nämlich ganz genau in dreien. Und auch da bekommt ihr eben, wenn ihr so einen Astor Lippenstift kauft, dieses Produkt dazu geschenkt. Ja, ich denke, das lohnt sich doch. Vielleicht hört mir jetzt auch schon gar keiner mehr zu, weil ihr alle jetzt schon in die Drogerien gerannt seid. Ihr solltet meinen Channel auf jeden Fall abonnieren, denn von mir bekommt ihr jetzt fast täglich News rund um den Beauty-Kosmos. Ich habe euch hier unten nochmal das Astor Lippenstift-Video verlinkt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da einfach nochmal rein. Und in diesem Sinne sage ich Ciao, Ciao, bis zum nächsten Video. Eure Koko.